Und dann Moinzen hierzu eigentlich schon fast angekündigt gewesen bei unserem Deadline-Day-Video zu einem kleinen Transfer- und Kaderfahrtziel-Video, würde ich sagen, auch ähnlich aufgebaut wie die Vorberichte, also mit Unterkategorien. Fangen wir an, Talentschmiede, denn wir haben ja ein paar Talente, haben eine starke Jugendarbeit schon seit Jahren und da haben wir ein bisschen was eingenommen. 200.000 bekommen wir für den Wechsel von Thilo Kehrer, der für 12 Millionen von PSG zu West Ham war bis 2012 bei uns und dann von der U17 vom VfB nach Schalke gewechselt bis zu 1 Millionen bekommen wir für Werner, 20 Millionen Euro Transfer zu RB Leipzig zurück von Chelsea, war ja von 2002 bis 2016 beim VfB, dann eben nach Leipzig nach dem Abstieg. Niedrige, mittlere, sechsstellige Summe soll es für Lino sein, die wir bekommen, das ist eine Ausbildungsentschädigung, der ist ja von Arsenal zu Fulham, das heißt wir haben damit insgesamt fast 2 Millionen eingenommen und Lino selbst war ja 2003 bis 2011 beim VfB dann eben die Laie und später der Verkauf nach Leverkusen. Die Zugänge machen wir quasi von oben nach unten in Sachen Ablösesumme, neun Zugänge sind es, Joshua Wagnermann vom HSV 3,7 Millionen plus Boni, Mafropanus fest verpflichtet von Arsenal für 3,5 Millionen, wenn man die Leihgebühr mit einberechnet, Luca Pfeiffer vom FC Mützschüland für 2,85 Millionen, Juan José Perea von Paz Giannina für 2,4 Millionen, Hiroki Ito fest verpflichtet von Jubilo Iwata 400.000, Sehu Gerasi Deadline-Day-Transfer per Laie mit Kaufoption für 9 Millionen, die Kaufoption im nächsten Sommer dann von Startrennen und so gesehen Zugänge auch natürlich Kuhol und Castanaras und eben auch das Leihende von Aydonis. Abgänge, auf der Seite noch ein paar mehr, auch hier von oben nach unten, was die Ablösesumme angeht, 17 Abgänge sind es, natürlich viele nur temporär, Sascha Kalajic zu den Wolfs, 18 Millionen plus Boni, Orel Mangala zu Aufsteiger Nottingham Forest, 13 Millionen plus Boni, Czulinov zum Absteiger FC Burnley, 3,5 plus Boni, Pablo Maffeo endlich fest verpflichtet von Mallorca, 3 Millionen bekommen wir für ihn, Philipp Förster, unser Goat zum VfB Bochum, 500.000 Mal für ihn bekommen, Tommy ablösefrei zu Kansas City in die USA und Clement ablösefrei zu Kaiserslautern, ebenfalls ablösefrei Avuccia zu Excelsior und wir haben den Vertrag von Daniel Di Davi nicht verlängert, der ist auch bisher noch vereinslos, Fahir zu Nordseerland, also Laie mit Kaufoption nach Dänemark, Klimovic in die zweite Liga zu Bielefeld, unser Pokal geht noch jetzt in der zweiten Runde, Laie ohne Kaufoption, Massimo in die zweite portugiesische Liga, keine Ahnung, aber Laie ohne Kaufoption, TBD zu Kloster nach Alltag, auch Laie ohne Kaufoption, Mola hat eine Kaufoption mit drin in seiner Laie zu Blackburn, zweite englische Liga, Bayers auch Zweitligist jetzt mit Magdeburg, Aufsteiger Magdeburg, auch keine Kaufoption bei der Laie dabei und auch bei Sanko keine Kaufoption bei seiner Laie nach Holland, nach Niederlande zu Vitesse Arnheim, damit sieben von acht erlaubten Laien in den neuen Laie-Regelungen fast quasi ausgereizt und natürlich auch, so gesehen auch ein Abgang, das Laie-Ende von Oma Mamusch, der ist zurück nach Wolfsburg. Historisches, hier kommt wieder was statistisch Mäßiges, was mir wieder sehr viel Spaß bereit hat, muss ich sagen, beim Schreiben vom Skript, weil wir haben damit zwei neue Rekordabgänge in Sachen Grundablöse in unserer Historie vom VfB. Ohne Boni ist nun Kalajic auf Platz 5 und Mangala auf Platz 11. Auch eine schöne Statistik, die Transfermarkt.de hat, sind die wertvollsten Zundabgänge, da beziehen sich auf den Marktwert beim Zeitpunkt des Transfers statt eben die Ablöse. Da Kalajic nun auf Platz 3 der Abgänge und Mangala auf Platz 7 und auch interessant, auf Platz 2 gelistet, für mich eigentlich Platz 1, weil sie sich von der Ablöse-Summe genau das gleiche teilen, aber Dinos deutlich billiger war, ist nämlich Konstantinos Mafropanos, Marktwert beim Kauf nach der Laie jetzt im Sommer bei 15 Millionen, so auch der von Thomason damals, aber der hat halt 7,5 gekostet, Dinos ja nur wahnsinnige 3,2 Millionen, wenn man die Laie-Gebühr rausrechnet, deswegen für mich Platz 1 da, unser wertvollster Neuzugang, für den wir gefühlt kein Geld ausgegeben haben. Überschuss, das war auch was, was klar war, was berichtet wurde, wir wollen den Einnahmenüberschuss haben, klar mehr einnehmen aus Ausgeben in diesem Sommer, so wie es ja auch generell üblich ist bei uns, das haben wir absolut erreicht, natürlich, weil zum Beispiel auch die Gerasie-Geschichte bisher nur eine Laie ist, im nächsten Sommer erst die Kohle, fällig sollten wir sie ziehen, die Kaufoption 38 Millionen, Einnahmen haben wir 12,55 Millionen Ausgaben, damit ein Transferplus von 25,45 Millionen und damit, interessanterweise auch, die beste Transferbilanz der Liga. Letzte Saison, das war ja aber gesagt, das ist ja öfter so bei uns aktuell, in den letzten Jahren, dass man eben mehr ein- und erstmal ausgibt als Ausbildungsverein, ist einfach so, deswegen auch hier noch ein bisschen der Recap, die letzten Jahre, über die beiden Transferperioden der letzten Saison gab es ein Transferplus von 26,07 Millionen, 2021, das Aufstiegsjahr, dafür mal 7,45 Millionen Minus gemacht, aber man musste sich halt aufrüsten auch für die erste Liga, im zweiten Jahr dafür natürlich 1920 ein Transferplus von 52,19 Millionen gemacht, das wären auch damit quasi alle Transferperioden, an denen Missentat beteiligt war, klar, 1920 noch ein paar Geschichten von Reschke quasi hinterher, ein paar war zum Beispiel mit der festgeschriebenen Ablösesumme, aber die, wenn man es jetzt ein bisschen nicht geben will, die Transferperioden der letzten Jahre, ein Transferplus von fast 100 Millionen, währenddessen ein kompletter Umbruch im Verein, der direkte Wiederaufstieg und dann seither zweimal Klassenerhalt. Ligavergleich hatten wir vorhin schon bei Kaleitsch und Mangala, bei den teuersten Abgängeliga, hier ist in Sachen Kaderbreite was Interessantes passiert, wir sind tatsächlich, was wir wollten, Kaderminimierung, sind wir vom zweitgrößten Kader zum zweitkleinsten Kader der Liga runter, geteilter zweiter Platz mit RB Leipzig, beide 25 Spieler im Kader, die Bayern auf Platz 1 haben 24 Spieler im Kader, weiter komfortabel auf Platz 1 sind wir, was das Durchschnittsalter angeht, 23 Jahre, Platz 2 teilen sich hier vier Vereine tatsächlich, wir haben alle 24,3 Jahre im Durchschnitt, lustigerweise, also mit 1,3 Jahre Durchschnittsalter Unterschied sind wir auf Platz 1, was das angeht und Gesamtmarktwert liegt mit 120,28 Millionen, liegt man im Mittelfeld auf Platz 10 im Ligavergleich. Kaufoptionen, das eben was ich vorhin auch schon angesprochen hatte, weil im Sommer könnte wertvollste und Rekordzugänge, also beide Statistiken könnten neu befüllt werden quasi, im nächsten Sommer 2023, weil dann die Tomasch-Kaufoption greifen würde, wenn wir sie ziehen wollen, die etwa bei 15 Millionen liegt, laut Berichten, das wäre dann historisch der Platz 1, den aktuell González noch einnimmt, durch die Boni, Platz 2 ist Kappa, ganz knapp dahinter, aber durch die Boni, die wir jetzt aktuell dann für González noch ausgegeben hatten, an seinen Ex-Klub und so weiter, ist der die Nummer 1 mit 11,26 oder sowas Millionen, Tomasch klar auf Platz 1 damit mit 15 Millionen und Gerasi hat ja eine Kaufoption von 9 Millionen, laut den Berichten und wäre damit geteilter Platz 3 mit Pablo Maffeo. Besetzung, nun zum Kader, schauen wir uns den mal an, wie er zumindest bis zum Winter steht, weil letzter Bundesliga-Spieltag vor der WM ist ja der 12., also rund um den 12.11. noch nicht terminiert worden und der nächste dann auch rund um den 21.01.2023, also da steht uns sowieso auch nochmal ein sehr besonderer Transferwinter bevor, gehen wir durch, Torhüter, also ich hake es hier recht schnell ab, Torhüter, Müller wird immer besser, dazu hast du Bredlo und Schock, das passt absolut, Innenverteidiger hast du ja eine Problemstelle in der Breite meiner und vielerlei Meinung nach, Anto, Dinos, Ito sind gesetzt, klar, und dann hast du halt wirklich als gelernten Innenverteidiger nur noch Aydonis in der Hinterhand, Medic hast du ja nicht bekommen, Niveau von Aydonis auch noch nicht ganz bewiesen für Bundesliga-Niveau, klar, logischerweise, es könnte auch ein Endodot spielen, es könnte auch ein Karasotot spielen, aber gelernte Innenverteidiger fehlt da ein bisschen was in der Breite, Außenverteidiger genau dasselbe, nächste Problemstelle in der Breite, links hast du nur Sosa, nur Sosa, rechts hast du Joscha Wagnermann und eben Stenze, der ist offiziell noch in vielen, ja, Database, quasi in vielen Datenbanken noch auf Rechtsverteidiger gestellt ist, kann natürlich auch EV spielen, habe ich ja schon gesagt, variabel hinten, aber links eben keiner mehr nach der Modalei, keiner mehr, Nathai hat da mal gespielt, kann das von mir aus auch, ist aber natürlich auch irgendwie so ein bisschen dauerverletzt und rechts ist ja jetzt schon ein Problem, weil du hast jetzt Gelb-Rot von Wagnermann im Spiel gegen Schalke gefangen, der fällt in München aus, dann ist die große Frage, was machst du jetzt, stellst du Stenzel hin, stellst du Dinos hin, baust du deine Abwehr um oder deine Grundformation um, direkt schon Probleme, natürlich könnte auch ein Silas oder sowas wie ein Silas auf Rechts spielen als Wingback oder sowas, aber da hast du halt direkt in der Breite personelle Probleme und da geht es ja um ein Spiel, um ein Spielsperre, um eine gelb-rote Sperre, stell dir jetzt mal vor, es fängt wieder an, Dinos ist anfällig, generell das ganze Team letzte Jahre immer sehr, sehr verletzungsgeprägt gewesen, stell dir mal jetzt wieder ein Verletzungspech da hinten vor und auf einmal musst du gefühlt mit Aydounis-Stamm spielen oder so, das könnte alles passieren oder auch so ein Zweitmann für jemanden hochholen, da fehlt einfach was. Defensives Mittelfeld, ordentlich besetzt auf jeden Fall, du hast Endo gesetzt, aktuell auch Armada gesetzt, Karassoa hatte auf jeden Fall seine Karten wieder im Spiel, wenn er eben dann fitter wird und wieder um 90 Minuten spielen kann, letzte Saison wurde ja auch richtig wichtig gegen Ende, Backup, dann natürlich Mio Nathai unter anderem, offensichtlich das Mittelfeld auch ordentlich, Silas, Eklov, Koulibaly, Führig, auch in Angriff, klar, können Silas mit reinzählen, habe ich jetzt mal zur Flügel noch dazu gepackt, vorne ist natürlich auch Gerasi, dann Tomasz, Pfeiffer, Perea, Außenseiter-Chancen für Kohl, dann auch der Salent, Castanaras, da bist du breit aufgestellt, Qualität ist eben da, die Frage ist eben, ob auch ein Knipser da ist, der hatte gefehlt, da ist jetzt eben viel Torehoffnung in Serhu Gerasi. Dann kommen wir auch schon zum Fazit, du hast ja quasi eigentlich alles erreicht, was du machen wolltest im Transferfenster, fast, Einnahmeüberschuss ist da, Kader wurde verschlankt und weil es eben schon so früh war, ist es fast vergessen, dass es auch in den Sommer zählt, aber Dinos und Ito sind beides unfassbare Transfersportbillige Zugänge für das, was sie können, nach der Leihe, wie gesagt, gerade vorhin jetzt beispielsweise mit Dinos geliefert gehabt, dazu war es klar, dass es rund um Sosa, Mangala und Sascha nicht wirklich einfach wird, das waren so die drei, wo man von Ausgängen ausgehen, Ausgängen, von Abgängen ausgehen konnte, so rum, und natürlich auch die drei, die mit die meiste Kohle bringen konnten, Sommer, Mangala rief ja eigentlich recht solide ab, recht gut ab, würde ich sagen, recht früher Wechsel auch, interner Satz mit Armada ist da, alles cool, anders natürlich bei Karlajic, der erst kurz vor Ende und ziemlich unschön gewechselt, haben wir einige Videos gemacht zu Transferfenster, zu Karlajic und so weiter, also da gerne noch für noch mehr quasi Transfers, die gerne noch mal reinziehen, halte mich hier kurz, natürlich auch ein bisschen Problemchen mit Berater, wenn man den Berichten glaubt und alles, nur noch ein Jahr Vertrag, aber dafür hast du eben auch dann trotzdem einen starken Deal ausgehandelt, natürlich ist das wahnsinnig bittere Aus von Karlajic, direkt bei den Wolves, also für längere Zeit, für Monate erst mal, der Kreuzbandriss direkt im ersten Spiel in der Halbzeit raus, wünscht man keinem, deswegen sehr, sehr schade, was das angeht und natürlich auch, um es ein bisschen egoistisch, schon ein bisschen einseitig aus VfB-Seite zu sehen, ja, die Boni, die Bonuszahlungen werden schon auch an Leistungen, an Toren verknüpft sein, dies Fall natürlich auch erstmal nicht, weil wenn er nicht spielt, werden wahrscheinlich keine Bonis erreicht, würde ich mal erwarten, bei Sosa lief es natürlich dann dafür viel, viel sympathischer, richtig, richtig schön, ist da geblieben, nie Probleme gemacht, hat sich immer zum VfB bekannt, viel Liebe zum VfB gezeigt, Vertrag bis 2025, damit auch noch lang gebunden an uns, ist jetzt tatsächlich auch nach Mangala der dienstälteste VfB-Spieler, seit Sommer 2018 dabei, auf Platz 2 kommt dann sogar Bredlo, der seit 2019 erst dabei ist, also Sosa absoluter VfB-Ehrenmann geworden mittlerweile, Sascha ist auch durch Gerasi in Sachen Spielertyp, eigentlich wirklich ganz gut ersetzt worden, würde ich sagen, hat gute Leistungen in den Zeitletzten Sessors, Gerasi hat sich entwickelt, auch vor allem für die Kürze der Zeit, für die Komplexität, eben dadurch auch, wie Speckerleitisch gewechselt ist, guter Transfer, hast eine Laie mit Kaufoptionen, wenn es nicht klappt, dann brauchst du nicht kaufen, alles entspannt, Karl natürlich extrem jung, ist talentiert, hat natürlich logischerweise noch Schritte zu gehen, eben dann auch zur Tauglichkeit in der Bundesliga, Defensiv, das ist so das Manko, was man nicht geschafft hat, hat man auch angekündigt, man möchte einen Defensiv-Allrounder holen, das hat man halt nicht geschafft, das hat nicht funktioniert, du hast keinen Defensiv-Allrounder und ist dadurch, wie ich es vorhin in der Besetzung schon gesagt habe, ziemlich dünn besetzt da hinten, finde ich, aber auch vorhin auch schon angesprochen, du hast halt eine WM und Transferfenster, das wieder quasi in 10 Bundesligaspielen losgeht, also man könnte dann, quasi ab dem 16. Spieltag, könnte man nachbessern, war wohl dann wohl echt eh Meditsch da hinten, danach kamen irgendwie auch keine Gerüchte mehr auf zu Innenverteidigern, weiß ich, ob man sich bei allen anderen so unsicher war, oder ob man wirklich so wenig im Kopf hatte, kann ich mir aber auch nicht vorstellen, wenn man ein bisschen tat, natürlich schade, war irgendwie echt Meditsch oder nichts und am Ende wurde es leider nichts in der Defensiv-Qualität eben auch noch nicht voll bewiesen und Heimweh bei Mola ist auch klar, trotzdem, den hätte ich wahrscheinlich so als Kritikpunkt in der Laie wahrscheinlich eher nicht abgegeben, aber man muss halt gucken, wahrscheinlich gab es da auch Absprachen von wegen, ey, wenn du jemanden findest, so viel zum Zug, kam es jetzt nicht bei uns, dann kannst du auch nach England zurückgehen, da wo du herkommst und so, Heimweh, dies, das, aber für die Breite, wie gesagt, links hast du nichts außer Sosa, finde ich das ein bisschen schwierig, im Angriff hätte ich auch gerne Sanko behalten, da geht es natürlich um Einsatzzeiten, ist klar, allerdings hat er jetzt auch da vorne, mittlerweile bei Vitesse, über das Transferfenster, einiges an offensiver Konkurrenz bekommen, viele weitere Talente gekommen, nach Vitesse, also auch da ist seine Einsatzzeit durchaus fraglich in den Niederlanden, ich hoffe, das läuft da trotzdem gut für ihn, sonst aber insgesamt, sehr ordentliche Transfersamme würde ich sagen, natürlich logischerweise, der Kader und alles zu bewerten, immer komplett leistungsabhängig, da ist immer schnell Hype da, ein bisschen hat der Gott, oder natürlich schnell Kritik da, was ist hier für ein scheiß Kader gekauft worden, eine Defensive fehlt, was da vorne keine Qualität, was ist das und sowas, ist sehr, sehr leistungsabhängig, deswegen mal gucken, du musst vor allem hoffen, dass eben die Kalajic-Ersatzwahl funktioniert, oder gut funktioniert mit Gerasi, gerne eure Meinung in die Kommentare, im Community-Tab ist eine Umfrage drin mit einer Note, kann man leider nur 1 bis 5 machen, es gibt nur 5 Auswahlmöglichkeiten, aber ich glaube, eine 6 würde, glaube ich, sowieso keiner geben, ich tue mir schwer, ich würde so oft eine 2 bis 3, eine 3 plus gehen wahrscheinlich, bedanke mich fürs Zuschauen, lasst mir gerne ein kostenloses Abo da, wenn es euch gefällt, was hier auf dem Kanal abgeht, und bis zum nächsten Mal. ARD Text im Auftrag des WDR ARD Text im Auftrag des WDR